Ein Tun aber zog die Aufmerksamkeit des britischen Mariennachrichtendienstes auf sich. Sie sind einem Protégé Hitlers nach Afrika gefolgt. Einem skrupellosen Verfechter von Nervengas während des letzten Krieges. General Franz Walen. Deren Informant ist von der Bildfläche verschwunden. Ich soll der Sache nachgehen. Erste Anlaufstelle ist die Gaborun-Oase, Transportknotenpunkt der Achsenmächte. Spähtrupps und Kommandeure reisen hier durch, nebst Geheiminformationen. Ich habe den Schutz der Dunkelheit auf meiner Seite. Ein paar Offizierer sind in der Gegend, darum beginne ich hier mit der Suche. Um den See herum gibt es zollröche Anhöhen, perfekt um ein Gewehr aufzustellen. Wenn Walen hier gewesen ist, hat er eine Spur hinterlassen. Und ich werde ihn finden. Und ich werde ihn finden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kann ich mein Fernglas einsetzen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020